Wir sind mittlerweile in der dritten Generation unterwegs. Wir arbeiten in und um den Bergischen Kreis herum. Uns liegt da die individuelle Beratung der Kunden sehr am Herzen, genauso wie die Qualität, weshalb wir da nach den anerkannten Regeln der Technik arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit renommierten Architekten aus der Umgebung zusammen, aber genauso liegen uns die Privatleute, die Privatkunden am Herzen, die ich persönlich von der Beratung über die Angebotserstellung durch die Ausführung der Arbeiten bis hin zur gemeinsamen Abnahme begleite und da bin ich jederzeit ansprechbar und immer vor Ort. Grundsätzlich sind wir auf allen Dächern unterwegs, auf Altbauten, sprich den Sanierungen, Neubauten, Stalldächern als auch Flachdächern und bei der Materialauswahl ist uns ganz wichtig, dass wir Materialien von einem Hersteller, also im System wählen, weil dann entsprechende Garantien hinterlegt sind und dieser Punkt ist ganz besonders wichtig im Bereich der Flachdächern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017